Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Ich bin hier heute auf einem Berg in Nara, und zwar dem Katsuragi-Berg. Das ist ein unfassbar toller Berg. Werde ich euch in einem Vlog auch nochmal genauer zeigen, bei bestem Wetter. Ich meine, ihr seht es ein bisschen an der Kulisse, das muss man erstmal finden. Ich habe gedacht, diese Kulisse, die müssen wir ausnutzen für ein Video. Und zwar habe ich diese Woche Montag ein Video zu Lügen in Japan hochgeladen. Und ich wollte ein bisschen auf das Feedback zu einem Punkt eingehen, und zwar dem Rassismus-Punkt. Sind Japaner nun rassistisch oder nicht? Da haben viele von euch, also erstmal viele von euch haben Kommentare geschrieben. Vielen Dank dafür. Ich finde immer die Meinung von euch auch interessant und wie ihr die Dinge gesehen habt. Einige waren geschockt, dass es diese Unterhosenautomaten zum Beispiel nicht gibt. Obwohl ich da nur am Ende kurz drauf eingegangen bin. Die gibt es aber wirklich nicht. Nur damit ihr da Bescheid wisst. Also vor allem stehen die nicht an jeder Ecke. Es gibt wie gesagt welche, in denen künstlich gemachte, gebrauchte Unterwäsche drin ist. Also die Unterwäsche sieht so aus, als wäre sie gebraucht. Ist sie aber nicht. Auf jeden Fall der Rassismus-Punkt. Da haben einige dann geschrieben, ja, aber hier gibt es Berichte von internationalen, MST International und was weiß ich nicht was, die über die schwierige Lage der Koreaner in Japan berichten. Und wie das doch auch heute noch ist. Und von der Regierung teilweise da gehandhabt wird. Dazu möchte ich nochmal ein bisschen was sagen. Das ist natürlich auf einer politischen Ebene, wenn wir hier von politischen Entscheidungen treffen und wie das Land Japan die Situation oder das Verhältnis zu Korea handhabt. Gerade die Beziehung zu den Koreanern ist eine sehr, sehr schwierige. Und ich habe oft das Gefühl, es gibt immer so zwei Lager. Es gibt entweder die, die Japan bis auf den Tod verteidigen in diesem Punkt und sagen, nee, das ist gar nicht so. Und dann gibt es die, die sagen, Japan ist da absolut schlecht gewesen, was diese Beziehungen angeht mit den Trostfrauen und und und. Obwohl die Trostfrauen im Übrigen auch nicht so einfach ist, wie es aussieht. Also da habe ich auch neueste Forschung zu gelesen. Auch von jemandem von der Harvard-Universität zum Beispiel. Und das ist ein schwieriges Problem. Das ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht. Und deswegen finde ich persönlich, muss man immer ein bisschen gucken und differenzieren. Und gerade bei geschichtlichen Dingen, die vor allem eindeutig erscheinen, Wenn man genau hinguckt, gibt es Dinge, die oft dann vielleicht doch gar nicht so eindeutig sind. Also da muss man immer sehr genau hingucken. Und ich persönlich bin da sehr vorsichtig, weil ich mich damit erstens nicht 100% auskenne, aber zweitens auch nicht auf einen Zug aufbringen möchte und denen zustimmen möchte, die sagen, Japan bis zum Tod verteidigen und denen, die sagen, Japan muss dafür vor Gericht gezogen werden. Sondern ich bin da immer so ein bisschen in der Mitte und schaue mir das an. Okay, es gibt Argumente dafür, es gibt Argumente dafür. Aber ich tue mich da sehr schwer, eine Seite zu wählen, weil es meines Erachtens nach nicht immer so einfach ist. Und gerade die Beziehung zu Korea zum Beispiel ist ja nicht erst schwierig, seit Japan jetzt irgendwie Korea annektiert hat, Anfang des 20. Jahrhunderts oder so. Nein, nein. Und auch nicht erst seit dem Weltkrieg, sondern die Beziehung ist schon immer schwierig und geht zurück tausende von Jahren. Also im Kodiki, in einem der ältesten Schriftwerke Japans, wird schon davon berichtet, dass Feldzüge nach Korea gemacht werden und dass auch Ausländer, die Hatashi zum Beispiel, über Korea nach Japan reingekommen sind und der Tenno denen geholfen hat, weil die Koreaner gesagt haben, nee, ihr kommt hier nicht durch, wir lassen euch nicht nach Japan zum Beispiel. Also das Verhältnis zu Korea ist schon immer schwierig. Korea war wahrscheinlich auch vor 1000, 2000 Jahren schon mal von Japan eingenommen für eine gewisse Zeit, beziehungsweise der japanische Einfluss auf Korea war schon immer sehr groß, was natürlich auch irgendwo daher rührt, dass kulturelle Ähnlichkeiten bestehen. Dann gibt es aber Leute, die sagen, nee, nee, die Japaner haben die kulturellen Ähnlichkeiten von den Koreanern, was ziemlich abwegig ist, wenn man sich die ganzen Funde aus der Jomon-Zeit, der Joi-Zeit und so in Japan anschaut, dann sieht man nämlich eindeutig, dass Japan da in vielen Punkten weiterentwickelt war, mehr Herstellung von Eisen und alles, aber auch mehr Waffen hatte. Also das ist ziemlich interessant auf jeden Fall, weil es da eben immer diese zwei Lager gibt, die Japaner sagen oft auch, ja, ja, die Koreaner und die Koreaner sagen oft auch, ja, ja, die Japaner. Auf jeden Fall gibt es meines Wissens nach, nach dem Zweiten Weltkrieg, durchaus eine Diskriminierung gegenüber den Koreanern. Das waren schlimme Zeiten, ich kenne auch Koreaner, die zu der Zeit hier nach Japan gekommen sind und habe auch mit denen heute noch Kontakt und die haben mir auch eine Menge erzählt und die haben mir auch erzählt, dass es in Japan als Koreaner nicht immer einfach war, vor allem auch, wenn deine Eltern koreanisch waren, du selbst aber vielleicht in Japan dann auch geboren bist und aufgewachsen bist und im Grunde nicht wirklich wusstest, wo kommen diese Rivalitäten eigentlich her, dich als Japaner gefühlt hast, aber irgendwie die Leute trotzdem gesagt haben, ja, ja, du Koreaner. Nun sind wir aber auch ein paar Jahre weiter, ja, und wir schreiben jetzt das Jahr 2022. Und es hat sich einiges geändert in den letzten Jahren. Und wo es mir vor allem in dem Video darum ging, wenn man solche Aussagen tätigt wie, die Japaner sind rassistisch oder in Japan ist es als Ausländer schwer, dann muss man sich natürlich die Realität angucken, die im Jahr 2022 herrscht und nicht das, was vor Jahrzehnten oder vielleicht Jahrhunderten mal passiert ist hier. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir meines Erachtens nach nämlich ein ganz anderes Bild. Ich meine, ich bin ja jetzt Ausländer und ich habe hier eine eigene Firma, also bin hier selbstständig und weiß natürlich, wie es auf Dokumentebene oder auch mit den Sozialversicherungen hier als Ausländer aussieht. Und auf dieser Dokumentenebene kann ich nur sagen, dass es dort null Diskriminierung gegenüber Ausländern gibt und auch nicht gegenüber Koreanern, Chinesen, Vietnamesen, Philippinern oder sonst irgendwem, weil es einfach keine Spalte dafür gibt, irgendwie, ja, Koreaner haben diese extra Sache, die sie da noch machen müssen oder sonst irgendwas. Auf Basis des Visums kann es da natürlich schon mal Unterschiede geben. Aber da bin ich persönlich der Meinung, dass Japan eben das Recht hat zu entscheiden, welche Ausländer hineingelassen werden und welche Ausländer nicht. Ich weiß, dass man das in Deutschland teilweise auch ein bisschen kritisch sieht, weil in Deutschland, da nehmen wir ja alle auf so ungefähr, Flüchtlinge rein, alles rein. Und in Deutschland ist das in den letzten Jahren nicht ganz so streng gewesen, in Japan aber durchaus schon. Und ich finde aber, dass ein Land durchaus das Recht hat und es auch nicht unbedingt schlecht ist zu sagen, wir kontrollieren, wer reinkommt und uns sind vielleicht gewisse Leute auch nicht so koscher, die lassen wir nicht rein. Auch wenn es um Touristen geht oder wenn es dann geht um Leute, die hier leben, die Japaner sind sehr, sehr offen gegenüber ausländischen Ideen und gegenüber dem Ausland auch selbst, meines Erachtens nach. Warum sage ich das? Ganz einfach. In Japan können die verschiedensten Religionen zusammen existieren, ohne dass auch nur irgendwer etwas sagt. Es gibt hier kleine Moscheen, teilweise nicht viele, aber es gibt sie. Es leben hier Juden, Muslime eben, Islam. Das ist alles kein Problem. Die Leute können ihren Glauben hier frei ausüben, ohne dass irgendjemand etwas sagt. Und viele Japaner sind demgegenüber relativ offen auch und sind neugierig. Sie kennen das nicht, sie sind neugierig und stellen dann natürlich auch Fragen. Warum trägst du ein Kopftuch oder sonst irgendwas? Das ist mein Eindruck, dass viele Japaner hier auch offen sind. Natürlich, und das sage ich aber auch immer wieder, gibt es auch Japaner, die gar nicht offen sind. Die sagen pauschal, Ausländer mag ich nicht, die haben eine andere Hautfarbe, mag ich nicht. Die gibt es auch. Aber die entscheidende Frage ist doch, begegnet man denen im Alltag, jeden Tag, sitzen die an der Kasse, begrüßen einen im Kombini? Nein, in der Regel nicht, sondern das ist eine Minderheit in Japan. Die Leute, die wirklich Ausländer hassen, die auch rassistische Tendenzen haben in Japan, das ist heutzutage eine Minderheit. Und das ist doch eigentlich das, was man wissen möchte, wenn man nach Japan geht. Begegnet einem Rassismus an jeder Ecke? Nein, ab und zu kann das passieren, wenn man auf die falschen Leute trifft. Das kann einem aber in jedem Land passieren, weil es in jedem Land Leute mit rassistischen Tendenzen gibt. Ein anderer Grund, warum ich sage, dass Japaner nicht rassistisch sind in der Masse, ist, dass auch eine große Offenheit gegenüber zum Beispiel, und da ist es wieder lustig, Korea von jüngeren Leuten besteht. K-Pop zum Beispiel, ja, koreanische Musik. Viele lieben K-Pop hier in Japan, viele jüngere Japaner vor allem, viele mögen die Idols, viele gucken koreanische Dramen mittlerweile. Das ist für die hier kein Problem mehr. Das boomt in Japan auch, oder hat noch ein bisschen mehr mal geboomt, aber es ist immer noch so, dass viele Leute das eben auch gucken, und dass, wenn man in Netflix in Japan zum Beispiel guckt, dass diese koreanischen Dramen oft auch immer unter den Top Ten mit dabei sind, bei den täglich gesehenen Serien, was ich auch sehr interessant finde. Aber da sieht man halt auch eine gewisse Offenheit. Was stört die Japaner dann aber? Oder warum haben Ausländer in Japan oft den Eindruck, dass die Japaner rassistisch sind, oder dass die Japaner was gegen Ausländer haben? Das rührt meines Erachtens nach daher, dass die Japaner sehr, sehr stark ein Problem damit haben, wenn sich jemand nicht so verhält, wie man es eigentlich tut, oder wie es in Japan gute Manier ist. Und das ist, glaube ich, wirklich der Hauptknackpunkt an der Geschichte. Denn egal, ob es chinesische Touristen sind, die Japaner mögen die chinesischen Touristen nicht pauschal, weil es Chinesen sind, sondern sie mögen die nicht, weil die sich entsprechend verhalten, weil die ein Verhalten an den Tag legen, mit dem die Japaner nicht klarkommen. Dieses Verhalten mag in China vollkommen okay und richtig sein, hier stört es die Japaner aber. Und das ist bei jedem Ausländer so. Also die Japaner unterscheiden nicht nach Nationalität im Grunde, beziehungsweise bei Chinesen hat sich das mittlerweile so oft gehäuft, dass sich das Vorurteil oder das Bild der Chinesen in einer gewissen Art und Weise ins Schlechte hin entwickelt hat, würde ich sagen. Aber im Grunde ist das Verhalten wichtig. Wenn die Japaner auf einen Chinesen treffen, der sich gut verhält, haben die mit ihm überhaupt kein Problem. Der Durchschnittsjapaner hat ja kein Problem, begrüßt er, geht er essen mit, ist kein Problem. Das heißt, das Verhalten ist der Knackpunkt. Und viele Ausländer, die nach Japan kommen, wissen am Anfang, wie auch, natürlich nicht, wie sie sich verhalten sollen. Aber strengen sich oft auch nicht an, sich ein bisschen an die Japaner anzupassen. Und wenn sie dann mal, ja, entsprechend behandelt werden oder vielleicht etwas nicht direkt klappt oder die Japaner sagen, nee, so eine Regel hier, die haben wir nicht oder so, dann beziehen sie das, glaube ich, oft auf sich und denken, ah, die Japaner, die mögen Ausländer ja nicht, die machen alles so schwer für Ausländer. Dabei merken diese Ausländer dann einfach nur nicht, dass sie es sind, die einfachen Verhalten an den Tag legen, was halt hier nicht erwünscht ist oder was nicht okay ist für die Japaner. Und das ist was, was man sich wirklich ganz bewusst machen muss. Also um das nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Wenn ich sage, die Japaner sind nicht rassistisch, dann meine ich, dass der Großteil der normalen Leute, die hier in Japan leben, der Großteil der Japaner, dass die nichts gegen Ausländer haben, dass die auch jetzt nicht super verschlossen sind, einige sind sehr offen, aber generell nicht abgeneigt sind, sondern auch immer hilfsbereit sind, in der Regel. Das heißt aber nicht, dass es auch Leute gibt, die es nicht sind. Also wenn ich vom Großteil rede, rede ich von über 50%. Ich würde schätzen, 80 bis 90% der Japaner sind sehr zuvorkommend gegenüber Ausländern und haben kein Problem. Aber dann gibt es trotzdem diese 10 bis 20%, die halt keinen Bock auf Ausländer haben. Und das ist auch vollkommen okay. Aber die hervorzutun und sagen, das zu generalisieren auf die Japaner, zu sagen, ja, die Japaner, die sind ja rassistisch oder so, das halte ich für einen großen Fehler und das spiegelt Japan in der Realität auch an keinem Punkt wider, meines Erachtens. Natürlich gibt es politische Entscheidungen, die getroffen werden, gegenüber anderen Ländern. Und das ist aber wieder was komplett anderes. Das sind politische Entscheidungen, die werden von einer Handvoll Leute getroffen und ob die Bürger im Land damit immer so übereinstimmen oder nicht, ist wieder eine ganz andere Frage. Was aber ja wichtig für einen ist, wenn man nach Japan kommt, sind nicht unbedingt die politischen Entscheidungen, die Japan jetzt gegenüber Korea, China, Taiwan oder sonst irgendwem trifft. Sondern was wichtig ist, ist, wie sind die Leute, denen man hier begegnet, mit denen man in einem Viertel wohnt, mit denen man in einem Apartmenthaus wohnt oder die man im Konbini, im Sportclub, in der Uni oder sonst irgendwo trifft. Und da finde ich persönlich, das ist nicht nur meine Erfahrung, sondern auch die Erfahrung vieler anderen Ausländern, mit denen ich hier in Japan gesprochen habe. Es ist natürlich immer schwierig, so etwas statistisch oder quantitativ festzuhalten. Aber meine Erfahrung und die von Leuten, die teilweise auch das 2-, 3-, 4-fache hier in Japan leben als ich, ist eben, dass die Japaner nicht wirklich ein rassistisches Volk sind, was jetzt irgendwie im Alltag Ausländer generell runterbuttert. Und natürlich gibt es Unterschiede teilweise zwischen europäischen Ausländern und zum Beispiel afrikanischen Ausländern oder Ausländern aus dem südostasiatischen Raum. Aber wie gesagt, diese Bilder, die sich dort hier in Japan ausgeprägt haben, und die sind vor allem ausgeprägt worden, weil das Verhalten dieser Leute ein spezielles ist. Und dieses Verhalten ist bei denen natürlich auch kulturell geprägt. Und, was natürlich auch der Fall ist, die sind zahlenmäßig einfach viel mehr in Japan als zum Beispiel Deutsche. Es gibt viel mehr Philippiner, Vietnamesen, Chinesen und Koreaner in Japan, als es Deutsche gibt zum Beispiel. Das heißt, die Japaner treffen auch mehr auf Leute aus diesen Ländern und so bildet sich natürlich, wenn man dann mehrere schlechtere Erfahrungen mal gemacht hat, natürlich auch ein anderes Bild. Also das nochmal zur Differenzierung. Ich finde, das muss man so klar differenzieren. Und Leute, die pauschal sagen, ja, die ganzen Japaner, japanisches rassistisches Land oder so, kann ich beim besten Willen nicht verstehen. Ich kann es einfach nicht verstehen. Das spiegelt in keinster Art und Weise meine Erfahrungen hier wieder und die Erfahrung von den Ausländern, mit denen ich hier gesprochen habe. Und das sind mittlerweile auch eine ganze Menge in Japan. Und das sind auch nicht die meisten Erfahrungen, die Touristen machen, denke ich, wenn sie hier in Japan sind. Das wollte ich nur nochmal so ein bisschen klarstellen, beziehungsweise da nochmal drüber reden. Lasst uns gerne in den Kommentaren jetzt noch ein bisschen über das Thema Rassismus hier in Japan diskutieren, wenn ihr möchtet. Würde mich freuen natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Vielen Dank im Übrigen auch immer für die Kommentare. Ich finde das immer viel Interessantes dabei für mich auch. Vor allem auch, weil ihr teilweise verschiedene Erfahrungen gemacht habt. Und da kann ich auch immer eine ganze Menge draus mitnehmen. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.